Ja, hier stehe ich nun im Bergstadion des FSV Dörnberg, einem wunderschön im Habitswald gelegenen Stadion einer Sportanlage, die mir die Gelegenheit gibt herauszuarbeiten, wie wichtig solche Sportanlagen und insbesondere die Vereinsarbeit ist, um Menschen, die neu in die Region ziehen, auch zu integrieren. Gerade hier in Habitswald gibt es viele, die, weil sie in Kassel Arbeit gefunden haben, herziehen. Der Sport leistet hier eine wichtige Arbeit, die natürlich von mir auch unterstützt und gefördert wird zur Schaffung einer Gemeinschaft.